Wuhu! Wuhu! Ich spar, wenn ich in Urlaub fahre. Schlafen zählt auf meine Gefahr. Prozente bringen mich zur Ekstase. Geiz ist Lebenseinstellung, keine Phase. Ich kauf mir Second-Hand-Sex-Toys. Ich kauf mir Second-Hand-Sex-Toys. Ich kauf mir Second-Hand-Sex-Toys. Denn Geiz ist bekanntlich geil. Wuhu! Prospekt ist gern ich wie ein Computer. Nur ein billiger Kauf ist doch ein Guter. Ob gebraucht, ob neu, egal. Hab Sachen günstig und ich strahl. Ich kauf mir Second-Hand-Sex-Toys. Ich kauf mir Second-Hand-Sex-Toys. Ich kauf mir Second-Hand-Sex-Toys. Denn Geiz ist bekanntlich geil. Woho! Na ja! Vielen Dank.